Ich bin Beat Hefti und wohne in Goldau. Mein Beruf ist einer der schönsten, die man im Sport fahren kann. Musik Die Victorinox unterstützt mich von Anfang an. Und da war ich sehr dankbar. Ich denke, man muss an beiden Orten Spitzenleistungen bringen. Man muss perfekt arbeiten, dass man so ein Endprodukt bringen kann. Und das ist bei uns beim Bobsporten so. Und das ist auch bei Victorinox mit Uhren so. Ich finde, das Design finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und wirklich stark und robust, wie wir auch beim Bobsport fahren. Und ich bin wirklich astub gesehen. Wenn es doch rechte Schläge und Vibrationen gibt auf das Federblatt oder auf die Kuchen. Und ich bin eigentlich wirklich positiv überrascht, dass sie wirklich so stark ist. Und der Sekundenzeiger immer noch umgegangen ist ohnehin im Ziel. Das zeigt auch die Qualität der Victorinox mit so einer super Ohren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017